Aber ich denke mal, ich habe eh keine Chance. Auf jeden Fall. Was sagst du? Ich denke mal, ich habe eh keine Chance. Denn du bist überflüssig, wie notgeile Patzen. Ich nimm dir deine Käppi weg und danach bist du mittelos. Dein Leben war eh nichts mehr wert, denn du bist pimmelos. 4 Qualifikation bei 3 Minuten 30. Dort vergleicht das ein Gemächt mit dem kleinen Finger peinlich. Und eins weiß ich, er hat Angst vor mir. Er schritt mich an, bei Facebook aus Angst zu verlieren. Und während er beschäftigt ist, sich in die Hose zu scheißen, werde ich ihn in einer seiner coolen Posen zerreißen. Nicht nur rapptechnisch, je nach wird dein ganzes Leben floppen. Denn mit meinem Schwanz in deiner Claudia hab ich eh gewonnen, Bitch. Der Asiate, du solltest dich nun sehr schämen. Auf die Penisgröße solltest du mehr Wert legen. Denn ohne Penis bist du nix, sondern nur eine offene Wunde, die deine Perle schon besitzt. Der Asiate, du solltest dich nun sehr schämen. Auf die Penisgröße solltest du mehr Wert legen. Denn ohne Penis bist du nix, sondern nur eine offene Wunde, die mein Penis nun zerfickt. Und ihr denkt, keiner kommt an den Asiaten ran. Doch mit diesem Traum schick ich ihn in das Phantasialand. Was haltet ihr davon, wenn ich den Huren so töte? Ein Messerstich, schickt doch Mädels in der Regel, der mag das Blut überströmen. Und gar nix ändert sich. Meine Wut in meinem Hirn, die besetzt ist von deiner Stimme, die mir sagt, dass ich den Penner fick. Entertainment? Okay, meinetwegen. Tut mir leid, kleiner Schwanz, aber sie wollen dich leidend sehen. Und ich weiß es eben, wie man das anstellt. Und ich hoffe für dich, dass du dich bei den Battle-Rannen hältst. Denn er macht auf harten Rapper und ist nur am Sabbeln. Doch dieser kleine Ficker, der kann nicht einmal da werden. Mit Mühe und Schweiß versuchst du Rapper zu sein. Doch als Schlitzi ziehst du immer den Kürzeren wie beim Penisvergleich. Du bist eine Comicfigur wie Pac-Menschen. Und für Anerkennung bezahlte Leute von Pac-Menschen. Der Asi, der Asi, der Asi, der Asiate. Du solltest dich nun sehr schämen. Auf die Penisgröße solltest du mehr Wert legen. Denn ohne Penis bist du nix, Sondern nur eine offene Wunde, die deine Perle schon besitzt. Der Asiate, du solltest dich nun sehr schämen. Auf die Penisgröße solltest du mehr Wert legen. Denn ohne Penis bist du nix, Sondern nur eine offene Wunde, die mein Penis nun zerfickt. Pussi. Keiner coolte Leute von Pac-Menschen